wo tango ist und herzlich willkommen zur nächsten folge lol wieder und diesmal bilden wir die bot lane des todes oh ja wir zwei ficken in den arsch auf jeden ja gleich mal so hin zur hinweis also der liebe bickhelm und ich wir hatten schon gute und schlechte zeiten so in der konstellation ein bisschen pissig bin ich jetzt weil die gegner auch einen braum als support haben weil braun ist eigentlich mein charakter okay weil er gar free to play ist sonst könnte ich mich nicht leisten die haben auch einen samurai also einen richtigen ober mega player der ist richtig hat also richtig hat drauf hat und da freue ich mich doch jetzt schon mal richtig hat ich glaube dass die runde ungemütlich würde ich hoffe ich täusche mich hoffe ich auch ja weil nämlich das hätte ich jetzt irgendwie nicht so bock drauf vor allem wir spielten bei denen also support spielt auf jeden fall brauben der kann nichts anderes spiel auf jeden fall miss fortune mitte spielt auf jeden fall die sandra dschungel spielt auf jeden fall je und der letzte was damit spielt die vier oder später auf jeden fall habe am wenigstens mal etwas was gleich von anfang an bekannt ist trotzdem pisst es sich an dass sie gegen den traum spielen müssen weil ich bin trau ja fortuna magst du schüttel das auf mann ich sage man spricht nicht proben aus aber braun ich weiß nicht du bist du wie dor gorbatschow gorbatschow in russland macht putin glücklich neja mein tipp ist richtig hammer ich kann das ist ein russe essen alles klettern auf alles und treten alles weißt was der für ein schnurrbart hat kennst du diesen einen komischen koch da ralf zacher meinst du ja genau so ein paar tippe also ich spiele jetzt mit ralf zacher von wegen braun ich bin mit ralf zacher der war jetzt nur ein bisschen im fitnessstudio mit ralf zacher mit glatze und seinem essen das ist heute ich fahr jetzt meinen lümmel aus alles ist so hässlich und stinkt mal komm mal ich halt auch gut ich weiß das weil du die gelbe magst der gelbe wer ja gelbe was hat der guck mal gesagt das habe ich jetzt gerade gesagt warum sagst du sowas weil halt der braun klaut erst bei seinem adc die ganzen sachen das ist aber kein problem weil wie du ja siehst du so boppel um dich herum ja ich weiß dass das kein problem ist der bessere traum ist das ist das das tank duett duettel das tank duettel jetzt darfst keinen mehr tun jetzt hast nämlich kein doppel mehr um dich rum dann kommt der wieder wenn die sanduhr da unten abgelaufen ist also braun hat schon mal gewordet für unseren jungler weiß der das hört kann ich mir zwar nicht vorstellen aber es gibt sachen auf dieser welt sind unerkehrlich obacht hammer miss fortune hammer hast hat du toll gemacht nein hast du nicht du bist schlecht vor der braun der jahre richtig steil der tipp schon mal ganz gut und wenigstens ist unser zentraler unbedingt top spiel nicht ganz so scheiße wie es ist anders vor das ist richtig ja so chines halt oder war schlecht ich hoffe dass du dich schämst nachdem du das spiel jetzt hier gespielt hast der fucking schildsch schweig schweig ha we know in the right moment in in the right moment lebe ist gut solange du trinkt gewohnt mein lieber julian ich würde dir empfehlen nicht zu sterben mein lieber marian das habe ich nicht vor warum sagt er kann nicht genug trinken wir brauchen mehr vodka es ist gut so wie die 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 besser doch schon vorsicht u dir bittet um hilfe dann komme ich doch so braucht der hilfe der macht ihn doch sowieso erst mal wieder hier das war jetzt aber schön gesagt braun warum was hat er braucht ein warmes ein kaltes herz nur ein warmes teckel macht mir schon wieder spaß hier ich liebe misfortune nicht was hier am aller schlimmsten für dem ganzen spiel ist wenn du gegen jemanden spielstelle kleinen charakter hat wie du und besser ist das ist so abnormal eklat das ist einfach so scheiße was seine ganzen stärken einfach nicht ausnutzen vorsicht ja dabei ist gut wir verlieren langsam die gesprächsgeilheit ich mag es gerade ja es geht und einem run out of words weil es hier voll konzentriert gleich abgeblockt das war schon wieder der minion halte mit vorsicht du gehst mir so auf die krone ist das größte problem ist dass die was kann du musst bei dir und dem muss ich sagen bin ich sehr zufrieden mit meinem farm aber sie geht doch noch ein gutes stück besser also unser jahr zu der geht ab was natürlich noch also das was ich nutze jetzt mal das menschliche artilleriefeuer weil ich hab's jetzt nicht gefunden nein big hell was da ist gut hat es ausgesehen als wirst du da jetzt noch ein bisschen mehr rein drin wenn wir jetzt die misforge und fokussen irgendwie das probisch ich bin gerade ein bisschen out of mana ich habe auch keine mana ich dachte vielleicht du hast dann hätte ich nämlich die kneiten können ein bisschen was macht eigentlich unser fucking jungler der könnte uns auch mal helfen na guck mal da kommt er das ist ja ein zufall oh gott ich hab kein mal ab naja das heißt zwar nicht hundertprozentig funktioniert aber doch teilweise da kämpft uns in schanker ich hoffe er kommt mal wieder vorbei zu denken wenn wir beide auch mana haben dann hätten wir auch was tun können so fahren wir jetzt halt mal ein bisschen weiter ich glaube aber dass die jetzt weg sind oder ist der traum ist noch da setz und ja so ficken und wir zwei halten einfach mal ein bisschen die botlane oder das läuft auf jeden fall ganz ordentlich also wenn man jetzt die sterben dann kriegen die auch kein überhand unsere haut gerade einen drängen kaputt in der mitte vielleicht kommt er danach runter weil drohen ist drohen traum ist jetzt nämlich gerade allein hilfe ja lauf mal wieder ein bisschen zurück obacht da ist sehr alter das klingt ja aber auch nix weil ich hab dir gerade schon wieder den arsch gerettet oder das ist mir öfters ein arsch all das war jetzt voll haben wir brauchen einfach nur mit seinem schild einfach mal in die ulti reinstellen und die ganze ulti abfangen was sehr perfekt wissen schwächen nämlich gestorben wahrscheinlich könnte sein königs fast auf einmal kauft ja ich habe mir gerade das erste item gekauft hat die vier euro doch mal was hinbekommen zu dritt schon mal ganz schlecht also die gegner sind richtig scheiße leute es könnte sein dass das erste spiel wenn hallo was da los das war voll hammer wenn wir das können wird ja dann schauen wir mal wie lange das durchhalten also wie viele spiele in folge wieder gewinnen wenn ich für die siegeserie nach dem einen spieler schon wiederum sind acht war laufend immerhin den schmack nicht frei oh oh gott mehr wieso kann ich da nicht helfen das kann ich jetzt macht nix geben und jetzt das war jetzt gerade ein bisschen versaut ja das war auch jetzt kann irgendwie nicht so wirklich beabsichtigt wollte ich drücken habe dann meine wege gemacht wird zu meinem minion hingesprungen und das war vielleicht nicht ganz so geil der china könnte zurück mal jungler bist du hallo Ah, guck mal, da hinten ist er Oh fuck Boah, will tief Was sind sie denn jetzt? Ich glaub die sind gleich Wenn du ein Problem hast, komm zu mir Das ist weniger gut Aber jetzt machen wir den Tor da mal und dann... Wir hoffen es doch Ich glaub die kommen nämlich gleich zurück Ich glaub ich hab grad auf die Turmzerstörung keinen Assist bekommen Na ja, schau mal an Obacht Ich muss dir leider gestehen und kann dir da nicht helfen Ja, ich bin... Scheiße Wenigstens hat der Braum dich gekillt Ja, wenigstens wirst du wegkommen So, jetzt macht's die Ja, ja, Suho alleine wird das nicht funktionieren gegen drei Nein Hilf dem Deppen da mal Oh ja, hier ist der Braum Gibt's so nicht Ja, wirst du rennen Hammer So, äh, Suho irgendwie erinnert mich schon zu typischen Anime-Schwertkämpfer Er hat ein langes Schwert Er macht fucking overpowered äh... Schwertstreich-Flieg-Skill Spicken hinter dir? Ja Ich helf dir Steh der einfach mal zwischen Ja, genau Oder so Oh, da sind ja alle Renn, 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 renn Das war ne falsche Kampf, das werde ich nicht überleben Äh, Hilfe Lauf einfach Das war mein Fehler Ah, Gott Ja Komm, haben wir mal eine gute Runde Kommt Kaum gesprächsstoff dabei rum Ach, schmarrn, wir haben uns mehr zärtige Gesprächs Wobei, die Ja, sag mal so, so geil ist die Runde, ja Ja, komm, mein Gott Wenn die jetzt einfach unten rauf, komm Nix ab Vorsicht Ja, Hammer und Eis Ich komm auch noch Ich misch auch noch mit Wir bräuchten Ja Bis zum Glück Okay, der Yasuo räumt ab Nicht mehr Oh, Leute, 0-3-0, das ist nicht sehr gut Ich hatte schon wesentlich bessere Momente in diesem Spiel mit Braum Aber wenigstens schütze ich mein Elisier einigermaßen Außer, er Ja, er kürzt jetzt Ja, er kürzt jetzt Wetter macht die Ey, wo steht Die flasht, schließlich mal Oh fuck Vorsicht Da weiß ich Genau Ja, passt Einigermaßen bisher Ich habe noch keinen assist bekommen, wo ich in alle so ungefähr reingehoben habe Haha Okay, der Typ war sehr schlau in den Tower Auch wenn du grad zu überlebt hast Bisschen knapp Alter, wie der Yasuo abgeholt Alter, hast du den dazu geguckt Ja, der hat auch L4 Alter, macht der alles kaputt Bei dem läuft Bei dem läuft Raum kümmer Wie ich da rum Oh fuck Ich habe beinahe an die Wasser eingestorben Da habe ich mir jetzt nur genau das Goldkult, was noch fehlt Ja, jetzt nervt mich nicht Ja Erstmal der ein mitgeben Jetzt komm ich schon wieder zu dritt hierher, so die Wichser Ah zu 4 zu 5, ja geil, jetzt haben wir den ganzen Batzen hier Bickel Teamfight, auf geht's On my way Es könnte jetzt unter Umständen etwas unwitzig werden Aber die Spalten sich auch, die sind dumm Unser Set pflückt jetzt die von links und wir hauen die jetzt da weg Jawohl Jawohl Ja, also halt Ich habe halt in dem Teamfight den ersten Kriegen Ja, das war jetzt natürlich nice Das Ich jetzt erstmal 4 Assists bekommen habe in dem Haufen Ich habe bloß einen geklückt, aber den habe ich glaube sogar vorher schon gehabt Ne, den habe ich jetzt gar geklärt, stimmt Du 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 Scarlalala So, komm us doch her Schau Mal wenn die sind. lang muss nicht mehr dauern aber ich bin auf dem sack lebe ich eigentlich ja ne macht ihr macht ihr machen jawohl geben ich brauche noch 50 gold macht den auto jetzt das hat auch jetzt sind alle direkt oder bis auf einen ja es funktioniert einfach echt geil wird du einfach wenn ich mich da ist wenn ihr brauche macht das ein bisschen falsch in ihr brauche bleibt immer hinten du musst dir jetzt brauche immer ganz vorne einstellen schild anmachen maximal verteidigung aktiviert und dann einfach einen heben das würde jetzt machen der dring ist schon 30 sekunden 30 sekunden auf dem weg ok setzt hat gegen vier und fünf einfach nicht so viel schossen also du könntest auch warten ja so alleine ist es auch nicht hinbekommen so wie es ausschaut schon doch so ist auch schon das ja kommen darunter hey kommt runter so erst mal alles weg denken weil er das hat noch aus perfekt ja grüß die abiert die ja servus ich werde mal wieder hier irgendwie mitmachen bei irgendwas warte doch gut hier aber es lebt jetzt da nur noch knapp komm kill den jawohl den auch noch ich sehe sie beide ich dachte wir müssen flüchten aber dann kamen irgendwie wieder ein paar minimal und die ficken auch alle nur minimal kommen fünf gold der schaffte ich bin also hat gesagt stehe nicht dem weg perfekt wo dir hilft mir hilft mir hilft mir hilft mir hilft mir komm hierher ist probisch so schnell komme ich noch zu euch vor jawohl kill kommt in ihr braun halt nein ich habe ja noch ein kill gemacht finde ich gut finde ich absolut geil also ich bin mit meinen supporter gerade hier voll zufrieden ja ok voll nicht ich hätte natürlich auch können ja ok kills brauche ich eigentlich nicht so wirklich das witzige spiegel der jazoo hat fast alle kills so gemacht also ich habe mit abstand die meisten assist und das sind aber wenige im vergleich zu den kills die wir haben das stimmt ja also schon etwas witzig hat belgert steinkopf gesagt hat hat raum gerade steinkopf gesagt was auch immer vorsicht vorsicht lauf weg lauf weg lauf weg lauf weg lauf weg ich komme dir gegen schade hilf mir du bist so stark lass dir lass dir lass oh sorry jetzt sei halt gelassen ja sorry ich bin irgendwie schon so in dem reinen rennen und knöpfe hammer und effekt gewesen ah ja 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 die machen jetzt eh finish ist scheißegal ist finnisch so weit durch sind wir ja doch müssen halt weiter durch wie die weil wir halt erst weil die halt entwickelt die haben bis auf zwei tauern keine mehr und wir haben alle bis auf einen einen bot also jetzt bitte beobacht das nicht drängen wieder ab vier minuten und zweieinhalb minuten das so lange wird das spiel noch mal gehen ne ja guck mal wir hatten übrigens noch keine sehr langen folgen also es gab schon mal sehr sehr lange folgen ja 39 minuten oder was die letzte gehabt hat war auch nicht so kurz ja aber wir hatten auch neulich mal ohne dass wir aufgenommen hatten eine mit 70 minuten wird die hoffentlich nicht will ins bett tja ja liebe leute der julia der geboren schief waren ja dann könnt ihr ja ein ein community treffen machen ich hätte gerne ne Gorbfrau dann hätte ich die auf meinen halben drauf geschnallt ja ja warte mal nicht 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 so ja ja dann auf ich bin gestorben ja wirklich ist es ist das nach Hause ich hab ein kill gemacht zwei kills ja das war vielleicht nicht so schlau ja der holt den kill ja ich habe es vor dir und das bringt jetzt auch nichts mehr ich komme mal wieder kaputt die Leute das bin ich ganz zu geil oh Gott, ich sollte mal schnell kommen wieder, das ist auch ich kriege hier gerade ein bisschen mit ja, mach mal kein Stress, Tozze, hier der Gegner ist schön, Hiebigtor wird bald wieder aufgebaut sein, ja? dass du das auch ja nicht vergisst, du kleine Fotze schulzt weißt ich, ich versuche hier ein bisschen Stimmung zu machen und das einzige was du zu sagen hast ist rülps 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 Dankeschön rülps 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 ja aber ich bin ja nicht im holz statt ach so du hast neulzeit hallo soll es denn warte kommt noch ganz kurz ganz minimal lauf lauf die aufnahme nicht beendet ist da muss ich jetzt ganz arg darauf aufpassen ja du vielleicht ich nicht aber trotzdem liebe leute auch wenn es heute nicht ganz so geplabbel reich war ein bisschen viel scheiße haben wir schon gelabert aber das machen wir immer bis zur nächsten aufnahme von league of legends haut rein yo yo servus ja ja